Willkommen. Guten Morgen. Guten Morgen. Setzen Sie sich. Danke. Hier ist die Speisekarte. Was siehst du? Ich weiß nicht. Und du? Die Käseplatte sieht gut. Ich nehme das auch. Nein, ich nehme Fischwampanis. Okay, das sieht gleich gut aus. Entschuldigung. Hallo, was darf es sein? Ich wollte die Käseplatte, aber kein Weh, bitte. Ich sehe, was ich tun kann. Und du? Ich möchte Fischwampanis, bitte. Entschuldigung. Wir haben kein Fisch. Nein, aber wir haben Fischwampanis. Okay, ich nehme das. Ach, nein. Ich nehme, äh, nein. Wie und ich? Ich habe Hunger. Ich nehme Fischwampanis, bitte. Ein Fischwamp. Ist das alles? Nein. Ein, öh, nein. Und zwei Bier, bitte. Okay. Ich... Okay, Großmittel oder Klein? Äh, Groß. Und? Wiesel, bitte. Okay, es kommt sofort. Danke. Und dann habe ich dir der Mann gesucht. Hallo, hier ist der Essen. Danke. Das sieht lecker aus. Mhhh, das ist lecker. Sehr lecker. Die Käse ist am Wollmertisch. Sehr wollmertisch. Entschuldigung. Ja? Können wir bestellen unsere Divor-Spreise? Ja, was darf das sein? Mhhh, ich nehme Nacho, bitte. Okay. Und du? Ich nehme... Chicken-Kimsch, bitte. Okay, danke. Mit Pommes? Mit Pommes oder Salat? Pommes, bitte. Mit Ketchup. Mit Pommes oder Salat? Ja? Mit Pommes oder Salat? Mit Pommes oder Salat? Ja? Mit Pommes oder Salat? Mit Pommes oder Salat? Oh ja. Hier ist das hier. Danke. Danke. Hier ist Ihr Essen. Danke. Danke. Ist das gut? Mhhh, sehr gut. Und so macht sich... Schokolade und Möcke, bitte. Okay. Ich mache Cousin, bitte. Okay. Und du? Ich nehme... Äh... Ähm... Willkommen Sie mit Freude, bitte. Okay. Ist das alles? Nein! Ich nehme Kaffee und Tee. Und zwei Kerzen. Ja. Ja. Es kommt sofort. Danke. Hier ist das Tee und Kaffee. Mhhh. Danke. Mhhh. Dies ist gut. Danke. Ich liebe den Käsegeschmack. Möchtest du die Rechnung? Ja. Die Rechnung, bitte. Das macht... Sechsund... Sechzig Euro, bitte. Okay. Nein. Nein, okay. Nein. Nein. Ah, nein. Ah! Der Rest ist trinkert. Danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.